Willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas Multiplayer auf Happy Server Und wie ich es euch ja gesagt habe in den folgenden Parts, dass der liebe Sachsen Let's Player hier auch auf dem Server zoppt Und der ist gerade online, genau deswegen mache ich jetzt dieses Video Nur dass es mir glaubt, dass der auch hier mit drauf ist und ja, düsen hier gerade ein bisschen durch die Street oder wie man so schön sagt Ja, mal gucken So, wo geht's denn hin? Er schreibt mir nicht, war ja klar Wüsste ich wieder ins TS geht Ah, aber da jetzt schreibt er Achso, äh, ja, dann bring mich mal bitte in die Mafia Bay So, voll Gas, voll Gas, voll, voll, voll Gas So, jetzt gib Gummisachse, gib Gummisachse, gib Gummisachse, ich will hier noch was machen Nein Kaka Slash Blacklist Ähm, ich glaub, war das AAD, glaub ich schon Sachsen Let's Blöjo Gebrauch Blacklist ADD Slash Dillette Hab ich denn jetzt? Ich Ich weiß jetzt nicht, hab ich den? AAAAAAAA Ja, äh, äh, Blacklist ADD 16 Let's Player Slash Oh, Slash Blacklist ADD 16 Slash Let's Let's Player So Boah, ich glaub, ich glaub, ich glaub der ist schon um Slash MV Achso, der lässt mich gar nicht reinfahren Hihihihiihi Ha, 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 ha Komm, 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 äh, Waffe, 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 M4 Schnell, 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 sechs Magazine, zur Kasse, komm, 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 wo bleibt mein Nachschub? Äh, komm, 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 ich zerleg den jetzt. Ich hoffe mal, ich schaffe es, den Panzer zu zerstören. Los, 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 los. Ich hoffe mal, es ist kein Lieder, sodass er nicht mehr rauskommt. Bitte, bitte, bitte. Hahaha. Oh, verdammt, der brennt. Zack. Oh, ich hab elf euch. Hahaha. Ach, scheiße. Slash, ade. Hahaha. So, den hab ich, so. Muss ich mir noch schnell die Schutzweste besorgen? Hahaha. Ich wollte hin und, ah, Ammonition. Ich wollte hin und ich hab ihn auch bekommen. Schutzweste, Schutzweste, hier. So. Ja, das ist eigentlich ein Video, da wo nicht weiter gezeigt wird. Und eigentlich, ja, nur so ein Schatzverfahren. Na komm. Ich will dich. Zack. Hahaha. Das Geile ist, man kriegt die ja nicht mal automatisch Wanteds, wenn man zum Beispiel einen Kopf killt. Das ist so geil. Als die einen erstmal Wanteds geben müssen, dann hat man schön gemütlich, deshalb, dass man die killt. Hahaha. Bis die einen, die Wanteds gegeben haben. Slash MV. Ja, das ist Slash, ja. So, ja, dann küse ich mal ein bisschen mehr Musik. Oh, hoppala, kleine Rückkehr. Jo, Techno. Eins, zwei. Nimm mal das hier. llereraa. Da, 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 da. Da, o, oh, oh, o, o, wa, o, a. Ja, 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 ja. unn, Martin, ich kriege dich. So, mal gucken. Aber eigentlich ist das mit Slash-Adea verboten, aber es ist gar kein Dings da. Daraufhin ist es mir wein' gerade. So, ja. Aber diese Mucke kann man sich nicht anhören, ey. Techno-Bass. Da-da-da-da-da-da-dam. So, ja. Ich düse hier nur ein bisschen rum, weil mir langweilig ist. Och, jetzt kill ich mal den. Ey, 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 mein Auto, mein Auto, du Sau, du Sau, mein Auto. Der klaut mir hier einfach mein Auto. Was ist denn das? Nagelbänder, scheiße. So liegen hier Nagelbänder. Und jetzt ist das Sackse offline. Jetzt gehen sie wieder alle auf. So, ja. Gut. Scheiße. So, ja. Ich weiß gar nicht, was ich euch so mittlerweile erzählen soll, weil das Video war jetzt komplett spontan. Ja. 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 Das Video war sehr spontan und deswegen weiß ich nicht, was ich euch erzählen soll. Verdammt, wieso habe ich das Video nur so spontan gemacht. Ah, verdammt. Da-daa-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Da-da. Ey 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 du Bobby wieso schießt du auf mich alter? Ich tu dein Lieder Junge Boah Ey Da 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 Jo äh Wollte ich ihm jetzt sagen wie war das nicht mehr Oh verdammt Ey 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 Fuck So ja Ich zocke hier auch schon mittelweiter den ganzen zack zack Nein Fuck Drecksnackelbänder So, gut, steig mal wieder ein. Ey, André, du nervst, alter! Loll, der Reifen steht ein bisschen schief. So, jetzt holen wir uns den nach und dann beende ich hier mal wieder. Hier ist er. Loll, wie er mich, wie er mich rausschießt, der Bobby. Blödes Arschloch, alter, komm her. Den eigenen Lieder, alter, geht gar nicht, denn wenn ich erwische. Notebook, ich brauche erst mal eine Schutzweste, Ammonition, Schutzweste zur Kasse. Komm, meine Schutzweste, Schutzweste. Oh, das landet da oben, natürlich. Gut, dann habe ich meine Schutzweste auch schon. Den hole ich mir jetzt, ich könnte, ich könnte ihn jetzt töten. Werde ich es dann eh machen, wenn ich ihn habe. Los, 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 los. Ich muss mir den holen. Diese Sau hier. So, wo ist er denn, wo ist er denn? So, wo hat er sich denn versteckt, der kleine Junge? Oh, der Server macht auf jeden Fall richtig Spaß. Oh, wirklich richtig Spaß. Los, wo ist die Sau? Ach, jetzt wollte ich den schon killen. Wenn ich dich erwische, ich... Ey, 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 ey. Wo ist er? Hä? Kennt der Katzen, wo war denn der jetzt? Er hat sich irgendwo verkämmt, die Sau. Ich erwisch dich. Leute, es wird selber gecheckt. Oh, mein Gott. Wie er sich verzieht, dieser Junge. Ja, gut. Daraufhin, dass er jetzt gegangen ist, ist es doch nicht mehr das Ziel, wo ich habe. So, dann sage ich mal auf Wiedersehen und bis zum nächsten Part. Oh, nee, ich drehe, dass ich es noch vergesse. Hoppala. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ja meinen Kanal abonnieren oder kommentieren. Daumen hoch wäre auf jeden Fall richtig geil. Und, ja, wir sehen uns dann jetzt im nächsten Part. Tschüss.